Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Reflex Rhetorik Verkaufstraining to go. Mein Name ist Thomas Bottin und ich habe dir heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar lautet die Überschrift Clevere Fragetechnik für klare Ansagen im Verkaufsgespräch. Und wer hat sie nicht gern? Klare Ansagen im Verkaufsgespräch. Am liebsten haben wir positive klare Ansagen im Verkaufsgespräch. Das ist ja klar, aber genauso gut, ganz ehrlich, sind negative klare Ansagen. Das weißt du, das ist so mein Credo, besser jetzt nein, als zwei Monate später irgendwo nein, wo du zwischendurch einfach ganz viel Aufwand und Energie verschwendet hast, weil du jemandem dann im Zweifelsfall sogar auf die Nerven gegangen bist. Ich nenne das ja immer Rückrufer-Club. Deswegen ist Konsequenz eine gute Währung im Verkauf und es ist gut ein paar Techniken im Koffer zu haben, die dich einfach konsequenter machen. Und ich habe dir so eine Technik heute mitgebracht, ich nenne sie die Skalierungsfrage. Die hilft dir als Verkaufsprofi dabei, komplexe Kundensituationen auf den Punkt zu bringen. Besonders bei der Bedarfsanalyse und beim Abschluss kannst du die einsetzen, um, wenn dir was nicht klar ist, wenn dir die Aussage des Kunden nicht klar ist, wenn du nicht weißt, woher steht beim Abschluss, aus so einer komplexen Situation eine einfache und vor allen Dingen eine messbare Situation zu machen. Und wir steigen direkt mal ein. Bei der Rhetorik ist wichtig, wie formulierst du die entsprechenden rhetorischen Möglichkeiten. Und bei der Skalierungsfrage ist das so einfach, ich glaube, ich sage das immer, dass du sie schon im nächsten Verkaufsgespräch einsetzen kannst, erfolgreich einsetzen kannst. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Skalierungsfragen, ganz spannend, stammen ursprünglich aus der systemischen Beratung. Und wie der Name schon sagt, gibst du deinem Kunden mit einer Skalierungsfrage einfach eine Skala vor, auf die er sich dann einordnen muss. Und es ist total wichtig, dass wenn du deinen Argumentationskoffer, deinen Rhetorikkoffer für erfolgreichen Verkauf aufbaust, ist es total wichtig, auch mal links und rechts über den Tellerrand zu gucken. Gerade bei der Beratung gibt es unheimlich viele Techniken, die wir im Verkauf ganz hervorragend nutzen können. Wir steigen mal ein. Ich nenne dir mal ein paar Beispiele für Skalierungsfragen, sodass du ein Gefühl dafür kriegst, wie sich die anhören. Das ist ja besser, als dann Ewigkeiten drumherum zu quatschen. Pass auf, erste Skalierungsfrage, die ich mir überlegt habe. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie gut ist es dir im letzten Quartal gelungen, bei Verkaufsgesprächen aktiv den Abschluss herbeizuführen und den Sack zuzumachen? Wobei 10 bedeutet, du bist der Terminator des Verkaufsabschlusses. Das war jetzt eine Skalierungsfrage. Musst du mal gucken, wo du dich da selber einordnest. Wie gut ist dir gelungen, den Sack zuzumachen im letzten Quartal auf einer Skala von 0 bis 10? Wobei 10 bedeutet, maximal gut, ich bin's. Und 0 bedeutet eben Abschluss. Das war diese Geschichte, wenn der Kunde einen so frank anguckt. Und wenn du da eine 7 kriegst, ist das ganz gut. Ist immer die Frage für mich, wie kriegen wir dich von einer 7 auf eine 8, auf eine 9, auf eine 10? Weil das sind drei Punkte verschenkt. Komm, ich gebe dir nochmal eine weitere Skalierungsfrage. Auf einer Skala von 0 bis 100, wie souverän bist du bei der Einwandbehandlung? Wobei 100 bedeutet, ich hab's drauf, ich kann über Wasser gehen. Auf einer Skala von 0 bis 100, wie souverän bist du bei der Einwandbehandlung? Auch eine typische Skala-Frage. Komm, noch eine auf einer Skala von 0 bis 10, wie konsequent hast du dich in der letzten Woche um deine Neukundengewinnung gekümmert? Wobei 10 bedeutet, ich hab's voll durchgezogen. So und jetzt hab ich dir mal so drei Skalierungsfragen gegeben und ich glaub, das zeigt dir ganz gut, wie das funktioniert. Lass uns mal kurz auf die DNA der Skalierungsfrage eingehen. Nach welchen Grundprinzipien du deine Skalierungsfrage formulieren musst. Im Wesentlichen besteht eine Skalierungsfrage aus drei Elementen. Du setzt die Skala, zum Beispiel von 0 bis 10 oder von 0 bis 100. Als zweites setzt du dann das skalierende Thema, zum Beispiel, wie ich gerade, die Fähigkeit zur Einwandbehandlung. Und als drittes erklärst du dann die Skala, wo du sagst, wobei 10 bedeutet. Super simpel, super einfach und ich glaub, das Setzen und Erklären der Skala wird in der Regel für dich auch überhaupt gar kein Problem sein in der Praxis. Und nach diesem immer gleichen Einstieg geht's dann aber ins Eingemachte. Denn jetzt geht's um das zu skalierende Element, nämlich das Thema. Und da find ich's spannend, weil hier tut sich für dich natürlich ein weites Feld der Möglichkeiten auf. Und das Großartige an der Skalierungsfrage ist, sie macht aus schwierigen, unüberschaubaren Situationen eine messbare Angelegenheit. Und gerade beim Kaufabschluss haben wir so eine komplexe Entscheidungssituation. Da drängt sich die Skalierungsfrage förmlich auf. Besonders wenn ein Kunde in der Abschlussphase dann zögert, sich nochmal abstimmen möchte oder einfach nochmal überlegen will, dann kannst du ganz hervorragend mit der Skalierungsfrage arbeiten. Ich mach dir mal ein Beispiel. Stell dir mal vor, du verkaufst ein beratungsintensives Produkt und jetzt hast du ein Erstgespräch mit deinem potenziellen Neukunden und am Ende des Gesprächs sagt er zu dir, vielen Dank, das werden wir intern besprechen. Du verabschiedest dich freundlich, na klar, sitzt später im Auto und hast keinen blassen Schimmer, wie du im Rennen liegst. Das kommt dir vielleicht bekannt vor. Da muss man was gegen tun. Allerdings, klar, muss man auch sagen, das ist unheimlich schwer, in einer solchen Situation eine konkrete Vorstellung mitzunehmen, wo der Kunde jetzt in Bezug auf seine Kaufentscheidung gerade steht. Und deswegen ist es so unheimlich wichtig, zum richtigen Zeitpunkt eine Skalierungsfrage im Werkzeugkoffer zu haben. Das bringt nämlich Licht ins Dunkle. Jetzt lass uns das Ding nochmal zurückspulen. Der Kunde sagt, vielen Dank, wir werden das intern besprechen. Und anstatt jetzt brav irgendwo hinzudackeln, sagst du, vielen Dank für das Gespräch, Herr Aufschieber. Ich bin neugierig. Auf einer Skala von 0 bis 10. Wobei 10 ihr direkter Auftrag jetzt und hier bedeuten würde, wo stehen wir denn aus ihrer Sicht in Bezug auf einen Vertragsabschluss jetzt? Du kannst die Karten danach legen, dass Herr Aufschieber jetzt etwas irritiert guckt, weil diese Frage wird nicht häufig gestellt. Häufig allerdings überlegen die Leute dann und sagen vielleicht Dinge wie, ich würde sagen beinahe 7. Und jetzt hast du einen viel präziseren Eindruck von diesem Gespräch herausgearbeitet, als wenn du einfach rausgehst. 7 ist natürlich schon gar nicht schlecht. Er kann auch sagen 2 oder 1 oder 0. Aber da sind wir wieder beim Punkt, es ist besser zu wissen, wo du dran bist, als es eben nicht zu wissen. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Skalierungsfragen in der Bedarfsanalyse. In der Bedarfsanalyse bieten sich diese Skalierungsfragen auch an, besonders dann, wenn du Probleme, Wünsche und Ziele des Kunden genauer verstehen willst und wenn du sie vor allen Dingen quantifizieren willst, wenn du also eine Zahl dranhängen willst. Die Fragen, die ich als Beispiel jetzt für Skalierungsfragen bereits genannt habe, die werden ja in der Regel in der Bedarfsanalyse eingesetzt. Auf einer Skala von 0 bis 10. Wie gut ist es dir im letzten Quartal gelungen, bei Verkaufsgesprächen aktiv den Abschluss herbeizuführen und den Sack zugezumachen? Das ist eine Frage, die ich jetzt in der Bedarfsanalyse stellen würde. Oder auf einer Skala von 0 bis 100. Wie souverän bist du bei der Einwandbehandlung? Auch eine Frage für die Bedarfsanalyse. Und du hast dir ja eins gedacht, also wenn du das rausarbeitest, du kriegst eine Zahl, dann ist klar, dass du vielleicht die Zahl nicht kommentarlos stehen lässt. Also wenn du jetzt die Frage stellst auf einer Skala von 0 bis 10, wie gut ist es ihrem Verkaufsteam im letzten Quartal gelungen, bei Verkaufsgesprächen aktiv den Abschluss herbeizuführen und der Kunde antwortet jetzt beispielsweise 5, dann musst du natürlich weiter mit der Antwort arbeiten. Du sagst also nicht, ah 5 verstehe, nächstes Thema. Also du musst mit der Antwort arbeiten, du musst mit der Zahl arbeiten. Du fragst stattdessen weiter nach. Was müssten ihre Verkäufer im nächsten Quartal anders machen, damit sie auf einer 7 oder vielleicht sogar auf einer 8 oder 9 landen? Du musst nicht immer in die Vollen greifen, musst nicht immer die 10 sein, sondern vielleicht ein Punkt auf der Skala weiter, zwei Punkte auf der Skala weiter. Aber das ist eine richtig gute, vertiefende Frage. Die Frage, was müsste denn passieren, um auf den nächsten Punkt zu kommen, die gibt dir nochmal auch Klarheit für das Problem, wie es im Kopf des Kunden sich eben darstellst. Oder du hast auch die Möglichkeit, eine produktorientierte Frage zu stellen. Du könntest zum Beispiel dann fragen, was müssten denn ihre Verkaufer in einem Verkaufstraining erfahren und trainieren, damit sie im nächsten Quartal auf einer Zähne landen? Oder du könntest eine prozessorientierte Frage stellen, wenn sie die Abschlussfähigkeit ihres Teams heute auf 5 einschätzen. Gab es in der Vergangenheit vielleicht eine Zeit, wo diese Einschätzung höher gelegen wäre, zum Beispiel auf einer 8? Und du merkst schon, in Skalierungsfragen und dem konsequenten Weiterarbeiten mit der Antwort liegt eine Menge Verkaufspower. Das Weiterarbeiten mit der Antwort auf die Skalierungsfrage ist eigentlich relativ simpel, allerdings ganz ehrlich, du musst dir halt im Voraus kurz überlegen, in welche Richtung du weiterarbeiten möchtest. Das hast du ja gerade gesehen, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn du zum Beispiel Software verkaufst und dein Kunde sagt dir, dass er die Effektivität seiner Kundenmanagementsoftware zurzeit mit einer 6 bewertet, musst du dir vorher überlegen, wie du mit dieser Einschätzung weiterarbeitest. Du könntest zum Beispiel sagen, das ist ja eher eine durchschnittliche Einschätzung, jetzt bin ich neugierig, stellen sich vor, Sie arbeiten mit einer neuen Kundenmanagementsoftware. Woran würden Sie denn konkret merken, dass sich die Effektivität Ihrer Software, sagen wir mal, vielleicht auf 9 erhöht hätte? Wäre das eingesparte Zeit? Wäre es weniger Troubleshooting? Wären es bessere Vertriebsresultate oder höhere Kundenzufriedenheit? Was wäre es? Spannend. Spannend ist, dass man natürlich bei solchen Geschichten nicht von der Tapete bis zur Wand denkt, sondern man denkt ein bisschen weiter, man setzt sich vorher hin und du kennst ja mein Credo, Vertrieb ist 99% Transpiration, 1% Inspiration und du kannst dir sicher sein, diese 1% Inspiration, die kommen meistens nicht im Verkaufsgespräch, die kommen, wenn man sich auf ein Verkaufsgespräch vorbereitet oder wenn man sich konsequent eben tatsächlich einen Verkaufswerkzeugkoffer zusammenstellt. Also ich halte mal fest, bereite Skalierungsfragen gut vor, gehe mal in Gedanken beispielsweise durch deine Bedarfsanalyse und entscheide an welcher Stelle du ganz konkret mit Skalierungsarbeiten arbeiten könntest, notiere dir dann drei oder vier mögliche Fragen von den Dingern und überlege dir natürlich gleichzeitig, wie du mit der Antwort des Kunden weiterarbeitest. Schreib für jede Skalierungsfrage mal mindestens zwei unterschiedliche weiterführende Vertiefungen auf und wenn du das gemacht hast, ganz ehrlich, dann steht der Feuertaufe deiner Skalierungsfrage im nächsten Verkaufsgespräch nichts mehr im Weg und ich drücke dir dabei die Daumen. Mach es gut, bis nächste Woche. Mach es gut, bis nächste Woche.